Hallo Leute, hi Freunde, hallo Thilo, ja, dein Päckchen ist angekommen, habe ich schon sehnsüchtig erwartet, ich weiß was drin ist, und ja, ich weiß auch schon, was ich mit den Sachen anfange, vielen Dank nochmal, immer wieder Glück gehabt, ja, zwei, drei Worte zu deinem Kanal, ja, du machst ja auch nicht allzu viel, aber es lohnt sich immer wieder reinzuschauen bei dir, wenn du eben etwas machst, hast du schon eine ganz besondere Art, ruhig, gelassen, entspannt, und ja, solche Leute tun einfach gut in dieser verrückten Zeit, mach weiter so, gefällt mir, ja, ein bisschen wenig Abonnenten hast du, aber, ja, wenn man nicht für ständigen, wie sagt man, Content sorgt, dann passiert da halt auch nicht viel, ich weiß, wie das ist, aber ich denke, das ist dir genauso wichtig wie mir, alles gut, okay, schau mal, ich hab mir ein schönes Messerchen gegönnt, da hinten spielt mein Handy verrückt, ja, Park River, das teuerste Messer überhaupt, was ich jetzt besitze, ein Neckar 1, und das richtige Werkzeug für dieses Paket, so, wie gesagt, ich weiß es ja, aha, oh, da ist auch was drin für Maya, mal schauen, ob sie kommt, Maya, Maya, komm mal her, danke, ah, Maya, komm mal her, mir will ich, guck mal, das war's für dich, das war's für dich, magst du das haben, magst du das haben, ja, ihr seht's jetzt nicht, mal gucken, Maya, komm, stell ich hin, ja, ah, nee, du musst mehr hier rüberkommen, komm, lass mal auf, komm mal her, hopp, hopp, so, guck mal, so, sie ist weit, noch eins, und dann ist gut, gell, ja, ich bekomme immer zu hören, Maya, aber ja, zu fett, also, langsam, okay, weiter, ja, wie gesagt, ich weiß ja eigentlich schon, Rettungsdecke, ah, die Rettungsdecke, dabei, ja, aber auf jeden Fall, Rettungsdecke, ist immer gut, habe ich eigentlich immer dabei, Besteck, habe ich zwar schon eins, nicht genau das gleiche, ein ähnliches, aber so kann ich einfach auch Gäste einladen, Wow, 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 super praktisch, super praktisch, danke, hier ist nochmal ein Schluck Mate, auf dein Wohl, Tino, weiterhin viel Spaß auf YouTube, Streichhölzer, super, ja, und Knicklichter, ich habe überhaupt noch keine Erfahrung mit Knicklichtern, muss ich ganz ehrlich gestehen, der Steffin hat mir schon mal welche geschenkt, aber auch den habe ich noch nicht benutzt, muss ich unbedingt mal machen, ja, und Angelhaken, das Ideale für meine Donautour, braucht man da einen Angelhaken, ich denke, ja, naja, und, ja, für mich als Messer-Fan, hey, vielen, vielen, das war doch auch nicht dabei, ein Hallermesser, weißt du, wie mein Nachname ist, Haller, ist das Geile, ne, richtig Schöne, wow, vielen Dank, ich bin ein Glücksbild, Dankeschön, Kasse, super, braucht man immer, ich habe zwar auch schon eine, aber ja, und dann, oh, hallo, der Deckel, für die Flasche, dann diese Tasche, ich habe diese Tasche schon bewundert, als diese selber benutzt, als Beintasche, ob ich die als Beintasche benutze, weiß ich auch noch nicht, ich muss hier erstmal schauen, wie sich das anfühlt, aber die hänge ich bestimmt an meinen Rucksack, oder eben gerade für die Tagesrunde, reicht das vollkommen, super, 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 okay, da habe ich was zu tun, die richtig zu packen, wow, da muss man sich wirklich Gedanken machen, ja, vielen lieben Dank nochmal, echt cool, freut mich, Gott, Beingott, ja, ich werde mich damit beschäftigen, und ich denke, man sieht diese Teile irgendwann, in einem meiner nächsten Videos, ja, so in zwei Wochen soll es ja losgehen, die Donau runter, und ja, das kommt bestimmt mit, vielen Dank nochmal, ganz toll, dieses Messer hier, super geil, eine Schönheit, nochmals, liebe Grüße, dir eine gute Zeit, Tilo, bleib gesund, das Wichtigste bei der ganzen Geschichte, bleib geschmeidig, trotz manch widriger Umstände, und man hört am Seetig, alles Gute dir, Gruß in die Welt,